Schau mal drauf. Ob wir dann noch auf TikTok sind, das glaube ich nicht. Kann ich das mitnehmen? So, wir haben natürlich was mitgebracht. Jetzt schau ich mal drauf. Der erste lacht schon. Wer ist das? Wer ist das? Leon in 60 Jahren. In 60 Jahren? Hallo. Ich gebe es dir mal rüber. Wer ist der hier? Kein Playboy, aber guck. Ich halte das mal so neben den Kopf. Ich gebe es dir mal rüber. Jungs, was haben die zwei Typen erlebt bis dahin? Hoffentlich viele Meisterschaften und am wichtigsten sehr viel Spaß und geile Erinnerungen. Wir werden viel Spaß haben in den nächsten Jahren. Hoffentlich vieles erleben und natürlich auch so viele Meisterschaften wie möglich feiern. Einfach zufrieden sein und Spaß haben und das war's. Wenn die zwei Jungs da in dem Alter bei TikTok was posten, wird Hashtag BFF noch dabei stehen, Best Friends Forever? Könnte sein. Da gehe ich auch von aus. Aber ob wir dann noch auf TikTok sind, das glaube ich nicht. Kommt was Neues? Wahrscheinlich. Irgendwas wird da bestimmt kommen, bis dahin. Aber das sind ja noch einige Jahre.